Guten Morgen Leute! Ja, ich befinde mich gerade in Kitzbühel, wo ich heute mit euch auf das Streifrennen-Training gehen möchte. Und ja, mehr dazu nach dem Intro. Ja, das richtige Streifrennen werde ich zwar höchstwahrscheinlich nicht schaffen, weil ich arbeiten muss, aber ich persönlich finde auch das Training viel interessanter. Da kann man eventuell mit ein paar Skifahrern sprechen und so und schauen, ob das funktioniert. Eventuell gehe ich auch auf das Slalom. Das finde ich persönlich viel viel interessanter, weil da sieht man auch was bei den Streifen, wenn die mit 160 runterblasen, da siehst du eigentlich nur kurz was und bei Slalom siehst du halt mehr was. Das ist wesentlich interessanter. Ja Leute, ich befinde mich jetzt direkt vor dem Streifgeländer und ich würde mal sagen, gehen wir mal rein und schauen uns das Ganze mal an. Ja Leute, ich befinde mich jetzt an der Streif. Und ja, ich würde mal sagen, schauen wir mal an, dass wir vielleicht ein paar schöne Bilder hinbekommen. Ja Leute, ich befinde mich jetzt an der Streif. Und ja, ich würde mal sagen, schauen wir mal an, dass wir vielleicht ein paar schöne Bilder hinbekommen. Ja Leute, ich bin jetzt zu Hause. Ich konnte mir leider nicht das ganze Training anschauen. Ich habe aber trotzdem ein paar nette Bilder für euch gemacht und ich hoffe, die haben euch gefallen. Es ist halt recht krass, wie es da runter geht, finde ich, denn da geht es einfach mal so runter. Seht ihr auch in den Bildern und damit bleibt mir nur noch zu sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert mich da oben. Bis dahin, füge ich mich. Ciao. Bis dahin, füge ich mich.